hey leute ich bin es einmal und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute wieder in overwatch 2 wie ihr merkt ich mag dieses spiel in dieser zeit echt sehr gerne und heute spiele ich wieder mit ein paar freunden mit dabei auch ein pro also viele grüße an euch und ja ich bin mal gespannt wie diese runde läuft also die runden davor liefen so naja also es gab ein paar gute aber jetzt nicht so krass und sagt mir nehmen wir mal auf und jetzt gucken wir mal wie diese runde wird und ich hoffe wir gewinnen oder sowas mega nice und ja jetzt würde ich mal behaupten gehen wir einfach nach vorne nee ich behaupte es nicht ich würde sagen wir bleiben stehen hinten am sport ja genau ok sorry nevermind gut das ist schon hautsch ich weiß nicht was ich machen soll ich bin etwas los ok wenn ich einfach vorgehe dann kriege ich gleich hier ist klar lol ok sehr schön ich habe vorhin schon so eine runde aufgenommen und ich hatte bei obs eine neue szene gemacht und ich hatte einfach monotone also nur auf einem ohr war ich führe ich nicht das video war komplett useless so ärgerlich aber ja passiert leider wenn ich ein bisschen rumspiele aber ist okay jetzt sollte es hoffentlich passen und ich bin ich sehr wütend aber sehr cooler kill ok passt da hinten nicht doch passt okay wir was okay okay wissen schon spät der keller ist okay dankeschön ich bin echt irgendwie komm stopp nee doch nicht okay okay aim yes okay jetzt sterbe ich gleich aber double kill sehr nice cool cool gut dann gehen wir mal ein bisschen vor hoffen dass wir weit kommen ja ja okay also für mich ist das tatsächlich gar nicht so schlecht wenn ich jetzt komme ich hoch nein natürlich nicht von wo kommt jemand ich hör was okay von da ok krieg ich natürlich nicht da vorne auch noch jemand okay ich bin mal kurz okay fuck 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 hier kommen wir jetzt auch nicht mehr rein da auch nicht da ist jemand ich bin natürlich nicht okay gut scheiße fuck oh nein was okay von da kam auch noch jemand super alles klar da ist jetzt irgendwie keine chance mehr dagegen aber ist okay wir gehen auch wieder vor uns rocken das jetzt irgendwie fuck die sind ja schon näher vorne bei uns wieder schön mal hier das geländerte schießen ich finde das lustig wie man hier einfach mit dem füßen kann bisschen wie uns mal tun mit den kartons oh die kartons so her und her schubsen mit der tinte nein nicht droppen okay 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 ich rede mal danke fürs heilen sehr nett sehr cool alter war fast tot das war gemein okay war wirklich knapp aber okay ich steppe glaube ich eh viel zu oft aber es geht ja um Spaß Leute ne und während dem Spiel wird man ja auch besser also ist ja nicht so dass ich einfach dumm spiele und dann weiter immer so spielen werde ich meine man lernt ja immer dazu hier komme ich jetzt alter ich renne halt tatsächlich oft so in Räume rein weil ich denke ja da komme ich durch aber ich kenne halt die Maps wirklich nicht so gut dann bin ich da fucking heck gefangen also es ist schon super da freuen sich meine Teammates wenn ich mich dann verlaufe ouch so sind die eigentlich schon so weit vorne okay die kriege ich so nicht wirklich bin ich vielleicht ein Ticken weit vorne aber never mind von wo da hinten okay habt ihr sehr schön da ist noch jemand ich rede natürlich so nicht vor allem wenn du auch immer weg bist okay okay ja ja gut ey geht doch nie noch weiter pushen wie es gehört jetzt wird hier erfolgt hate it oh mein Gott stirb sehr nice danke fürs heilen und wir können es mal pushen zumindest ein Ticken wieder zurück was heißt pushen ich meine wir sind nur bei uns im Spawnfass aber ist okay oh stopp okay das war das Ultimate sorry ich habe Hunger hin und her sehr nice so jetzt aber los geht es mit uns ab nach vorne wir gehen jetzt pushen sehr nice okay da sind sie wieder okay ja ist alles klar aber wie oha crazy Triple hat er gemacht Junge hat Mika auch noch oh mein Gott okay krass Autsch stopp lecker Dankeschön fürs heilen okay jetzt Och Och Leute ich mache halt auch nicht so viel so ich bin halt tatsächlich ja sehr gut aber tatsächlich mir geht es bei den Videos einfach nur um andere Leute zu inspirieren sage ich mal so die nicht vielleicht nicht die Profis sind die sonst immer auf YouTube sind so dass man trotzdem Videos machen kann ich habe mir auch überlegt ja soll ich Videos machen obwohl ich so scheiße spiele aber ich denke mir so ja wieso nicht ich meine niemand fängt an und ist gleich der Pro in dem Spiel das geht halt einfach nicht deshalb an alle die vielleicht auch erst mit Overwatch angefangen haben zu spielen oder einfach nicht so gut sind so wie ich vielleicht okay ja ich bin sehr gut ich weiß ähm dann kommt gerne auf meinen Discord-Server vielleicht kann man ja mal zusammen zocken oder sowas falls ihr Bock habt damit musst du zocken okay sehr nice der Kill erstmal sie ist zurück zum Spiel pushen hier wo sind sie denn keine Ahnung wir pushen einfach da oben da oben sehr nice ja es hat voll gescheppert ne stopp 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 ich fühle mich gemobbt nein aua okay jetzt kommt man da noch einer an des Sneaks und Flanken kriegen wir aber auch sehr cool nice nice wenn ihr da oben seid gehe ich mal hier den Roboter pushen wieso nicht bleibst du hier du bleibst da oder da gehe ich mal kurz hoch zoomen gucken was geht hier ab ich gehe sicher aber ein bisschen zurück okay wo sind sie alle da sind sie da kommen sie wieder aim sitzt perfekt scheiß die Führung stimmt wir müssen ja nur noch da oben drüber okay aua da hinten stirb yeah sehr nice okay ich gehe wieder mal alle weg okay sehr cooler Kill und jetzt haben wir es gleich oh mein Gott ja 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 yes okay mega cool yeah Leute mega cool jetzt haben wir einfach gewonnen alter okay das war ein sehr erarbeiteter Sieg sehr cool ich freue mich auf alle Fälle ich hoffe euch hat dieses Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal